Aber die machen ihre Landung sicher, die haben eine schöne Körperspannung, gibt es nicht so viel abzuziehen. Währenddessen sind wir hier direkt wieder am Wachen bei den Italienern. Das müsste jetzt Mario Mariachi sein. Da fällt mir jetzt ein Lied ein, wo man den italienischen Namen falsch ausspielen. Unterschwung, Konma, Rücksprung, Handstand, halbe Drehung, Neustämme, Yamidov, Stützkirle, jetzt kommt die Oberarmstämme und der Abgang Doppelsalto vorwärts. Wichtig schönen Stand. Genau, Eduardo De Rosa hatte eine 3.